Hallo! Schön, dass Sie da sind. Ich heiße Martha. Die heutige Lektion heißt Ein Taxi rufen. Wir könnten uns ein Taxi nehmen. In Ordnung. Bitte schicken Sie ein Taxi zur Lessingstraße 9. Wann wird das Taxi hier sein? Wir könnten uns ein Taxi nehmen. Wir könnten uns ein Taxi nehmen. Wir könnten uns ein Taxi nehmen. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bitte schicken Sie ein Taxi zur Lessingstraße 9. Bitte schicken Sie ein Taxi zur Lessingstraße 9. Bitte schicken Sie ein Taxi zur Lessingstraße 9. Wann wird das Taxi hier sein? Wann wird das Taxi hier sein? Wann wird das Taxi hier sein? Wo bekomme ich ein Taxi? Könnten Sie mir bitte ein Taxi rufen? Wo bekomme ich ein Taxi? Wo bekomme ich ein Taxi? Könnten Sie mir bitte ein Taxi rufen? Könnten Sie mir bitte ein Taxi rufen? Könnten Sie mir bitte ein Taxi rufen? Zum Bahnhof bitte Zu dieser Adresse bitte Wie viel kostet es nach Frankfurt? Zum Bahnhof bitte Zu dieser Adresse bitte Wie viel kostet es nach Frankfurt? Wie viel kostet es nach Frankfurt? Ich habe es sehr eilig Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen? Halten Sie bitte hier Ich habe es sehr eilig Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen? Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen? Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen? Halten Sie bitte hier Halten Sie bitte hier Halten Sie bitte hier Halten Sie bitte hier Könnten Sie hier bitte einen Augenblick warten? 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 Können Sie hier bitte einen Augenblick warten? Können Sie? Was bekommen Sie? Was bekommen Sie? Was bekommen Sie? Was bekommen Sie? Danke, der Rest ist für Sie Danke, der Rest ist für Sie Danke, der Rest ist für Sie Ich bin Tourist Ich bin auf Geschäftsreise Ich bin auf Geschäftsreise Ich besuche Freunde in München Ich besuche Freunde in München Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Wie lange bleiben Sie in München? Ich werde zwei Wochen in Deutschland bleiben Ich werde zwei Wochen in Deutschland bleiben Ich werde zwei Wochen in Deutschland bleiben Gut gemacht Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Bis bald Ich habe zwei Wochen in Deutschland Ich möchte Ihnen noch einen schönen Tag